Hallo liebe Leute, ich bin der Callcenter Crusher. Heute mal mit etwas anderen Anrufen, eben nicht die typischen Tradingbetrüger. Zuerst rief mich eine Beratungsfirma für Gesundheitsvorsorge an. Sie riet mir, die Bonuszahlungen der Krankenkassen in Anspruch zu nehmen. Die Firma an sich ist völlig legal, aber ich hatte nie eine Beratung angefordert. Keine Ahnung, woher die meine Nummer hatten. Man kann nur vermuten, dass die Nummer von illegalen Datensammlern gekauft wurden. Natürlich hatten die auch keine Genehmigung, mich telefonisch zu kontaktieren. Nach dem Intro könnt ihr ja mal reinhören. Viel Spaß dabei. Hallo? So, hier ist die Firma... Wer ist da, bitte? Die... ...erhalten online wegen dem Bonusgeld der Krankenkassen. Ah ja. Sehen an sich? Genau. Und aus dem Grund rufe ich Sie jetzt auch an, um zu schauen, welche Bonusmöglichkeiten Ihre Krankenkasse anbietet. Passt das denn gerade zeitlich oder rufe ich jetzt ungünstig an? Ja, das passt schon. Okay. Haben Sie denn schon mal Bonusgeld erhalten bislang oder am Bonusprogramm teilgenommen oder ist Ihnen das alles noch ganz neu? Nein, ich habe noch nicht gut teilgenommen. Okay. Das Bonusprogramm selber gibt es schon seit 2009. Das hat der Gesetzgeber so eingeführt. Wir machen jetzt folgendes. Wir klären einmal kurz ab, wie Ihre aktuelle Situation ist. Ich informiere Sie dann, welche Möglichkeiten Sie haben. Sende Ihnen auch alles schriftlich zu. Und der komplette Vorgang ist für Sie auch absolut kostenfrei und auch unverbindlich. So, dann verraten Sie mir doch bitte erstmal, wo sind Sie denn versichert, bei welcher Krankenkasse? Bei der IKK. Welche? Klassik, Südwest, Berlin, Brandenburg? Ja, in Niedersachsen. In Niedersachsen. Dann schauen wir einmal nach, welche IKK jetzt hier für Niedersachsen zuständig ist. So, in Niedersachsen, da haben wir die doch. Das ist dann die Innungskrankenkasse bei Ihnen? Ja, IKK heißt Innungskrankenkasse. Ja, es gibt aber noch die IKK Klassik, IKK Südwest. Deswegen hat sich gefragt, welche genau für Sie zuständig ist. Mhm. Okay. Und bei der IKK, sind Sie denn da alleine oder mit der Familie versichert? Da bin ich alleine. Da sind Sie alleine versichert. Verraten Sie mir noch, wie alt Sie sind? Ich bin 55. 55. Also, das Bonusprogramm sieht ja bei allen Krankenkassen gleich aus. Als allererstes benötigen Sie ein Bonusheft. Mit diesem Bonusheft sollen Sie nämlich Vorsorge betreiben. Das heißt, gehen Sie denn auch regelmäßig einmal im Jahr zum Zahnarzt, Hausarzt, Krebsvorsorge? Machen Sie sowas? Natürlich. Dann lassen Sie sich dann diese Untersuchungen jetzt immer von den Ärzten auf dem Bonusheft abstempeln. Und sobald Sie dann alle Ihre Stempel zusammen haben, unterschreiben Sie das Heft und schicken es dann wieder in die Krankenkasse zurück. Wenn Sie auch noch Sport machen, irgendein Studio, Vereine, Präventionskurse, das können Sie sich dann auch alles doch mal auf dem Heft bestätigen lassen. Und dann haben Sie die Möglichkeit, einen Bonus von bis zu 300 Euro zu bekommen über die Krankenkasse. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, es gibt da auch noch mal einen Bonus, also der Bonus kann noch mal erhöht werden, auch bis zu 500 Euro. Hier aber dann nur, dann wäre diese 500 Euro, wären dann zweckgebunden. Das heißt, da müssen Sie dann nachweisen, weil hier steht nur bei Finanzierung von Gesundheitsleistungen. Das heißt, müssen Sie dann in der Krankenkasse nachweisen, dass Sie zum Beispiel in einem Fitnessstudio angemeldet sind. Oder haben Sie irgendwelche Zusatzabsicherungen im Bereich Gesundheit gemacht, wie zum Beispiel eine Pflegeabsicherung, Zähne, Brillen, Krankenhaus? Nein. Okay. Also wenn Sie da jetzt sowas hätten, würden Sie dann bis zu 500 Euro bekommen. Ansonsten haben Sie hier noch mal die Möglichkeit, sich mit bis zu 300 Euro als Bonusgeld zu erhalten über die Krankenkasse. Mhm. Wenn Sie regelmäßig Ihre Vorsorge machen. Also wie gesagt, bei der Krankenkasse anrufen, Bonusheft anfordern, sobald Sie das dann da haben. Wenn Sie dann Ihre Vorsorgeuntersuchungen haben, bei den Ärzten immer mitnehmen und abstempeln lassen. Ja, ist soweit klar. Ja, das wären so die Möglichkeiten. Brauchen Sie denn sonst noch Informationen wegen den Zähnen oder sind Sie Brillenträger? Soll ich mal schauen, was man da noch machen kann, wie man sich da absichern kann? Ich bin kein Brillenträger. Das ist erstmal nicht interessant. Okay. Haben Sie denn beim Zahnarzt gar keine Zuzahlungen? Doch, natürlich. Wenn man irgendwas braucht, eine Brücke oder so, dann braucht man nachher auch Zuzahlungen. Okay. Und da gibt es ja auch Zusatzversicherungen, wo Sie sich dann absichern können für den Zahnarzt. Ja, gibt es. Ja, deswegen hat sich gefragt, wäre sowas interessant, dass ich mal schaue, was es da für Möglichkeiten gibt oder jetzt erstmal nicht? Ja, können Sie ja mal schauen, ja. Okay. Dann sagen Sie mir doch bitte erstmal, wie ist denn der Zahnzustand bei Ihnen? Sind denn da auch alle Zähne soweit vorhanden oder fehlen Ihnen schon Zähne? Ja, sind noch alle vorhanden. Haben Sie irgendwelche laufende oder angeratene Behandlung beim Zahnarzt? Nee. Auch nicht. Eine Parodontose bislang bei Ihnen festgestellt worden? Nee, auch nicht. Auch nicht. Okay. Dann gibt es hier, Moment, ich gucke mal eben nach, was es da gibt. Okay, es gibt hier einen Zahnschutz über die Barmenia beispielsweise. Kennen Sie die Barmenia-Versicherung? Nicht wirklich, habe ich nichts mit zu tun. Okay. Also Barmenia ist ja auch einer der ältesten Versicherungsgesellschaften in Deutschland. Die gibt es schon seit 1904. Und die hätten hier zum Beispiel einen Zahnschutz, da hätten sie alles auf 100 Prozent Privatpatienten-Status. Das heißt, die Zahnreinigung wäre komplett unbegrenzt. Zahnbehandlungen sind versichert mit 100 Prozent, das heißt Grundstofffüllungen, Wurzel, Parodontosebehandlung, Knieverschienarkosen, Vollnarkosen. Und bei Zahnersatz haben Sie versichert Kronen, Brücken, Prothesen, Implantate. Und da bekommen Sie auch immer den verdoppelten Festkostenzuschuss. Bei Implantaten können wir nochmal 500 Euro pro Implantat dazu. Und hier liegt der Beitrag dann bei 22,18 Euro im Monat. Hört sich sowas interessant an. Ja, Implantate, das ist ja im Prinzip das Teuerste, was man kriegen kann. Und die sind komplett versichert. Das heißt, die kriege ich... Mit dem verdoppelten Festkostenzuschuss. Das ist die eine Möglichkeit. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass Sie auch die Implantate mit 100 Prozent versichern können. Das heißt, dass Sie dann gar keine Zuzahlung mehr haben bei den Implantaten. Nur dann kostet der Beitrag nicht mehr 22,18 Euro, sondern 59,40 Euro. Das ist verständlich, weil Implantate sind ja das Teuerste. Genau, genau. Verdoppelter Festkostenzuschuss bedeutet ja im Grunde genommen, das, was die Krankheit für das Zuzahl, wird sie von der Versicherung auch nochmal dazu bekommen. Genau. Und das wäre die eine Möglichkeit, wie gesagt. Und die andere Möglichkeit, dann werden Sie dann 100 Prozent auf den Rechnungsbetrag versichert. Und da wäre der Beitrag dann natürlich ein bisschen teurer. Da wären Sie dann bei, was haben wir gesagt, 59,40 Euro. Ja gut, okay. Aber das muss ich dann erstmal überlegen. Das weiß ich ja nicht so genau. Nehmen Sie sich da ruhig die Zeit. Wie gesagt, holen Sie sich jetzt aber erst einmal das Bonusheft von der Krankenkasse. Und wie gesagt, wenn da noch was ist, wenn da noch Fragen sind oder sonst wie, wenn Sie Hilfe brauchen, dann melden Sie sich gerne. Und Sie rufen an von welcher Firma? Und, ja, und, und, äh, wie haben Sie, wie sind Sie an meine Nummer gekommen? Sie haben eine Anfrage an uns rausgesteckt. Ich sehe hier gerade über Facebook, da haben Sie bestimmt irgendwie die Anzeige gelesen, dass es da Bonusgelder gibt von der Krankenkasse. Ich nutze gar kein Facebook. Also ich habe hier, äh, die Anfrage von Richard Siebenreicher mit die E-Mail-Adresse richard.siebenreicher.jaga.email. Ja, das sind meine Daten, aber die Frage ist, ich nutze gar kein Facebook. Okay, also über diese E-Mail-Adresse ist das bei mir so reingekommen. Okay, dann mal die, 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 die Frage, die Nachfrage, äh, wo haben Sie eigentlich die Anruferlaubnis, äh, mich anrufen zu dürfen? Also das sogenannte Double Opt-in. Das Double Opt-in, das kann ich Ihnen nicht sagen, aber ich kann gerne mal nachhören, weil, wie gesagt, ich habe die zu den Anruf freien bekommen. Das müssen Sie mir sogar sagen. Genau, das, wie gesagt, ich weiß, dass ich Ihnen das sagen muss, aber ich habe dazu jetzt keine Info, aber ich kann mich da gerne noch mal schlau machen und Sie dann darüber informieren, wenn Sie mögen. Ja, nee, das, ich bleibe dran. Machen Sie sich jetzt schlau oder geben Sie mir Ihren Datenschutzbeauftragten. Hm, ich kann Ihnen Folgendes anbieten, Herr Siebenreicher. Ich gebe das einmal weiter, dass man Sie zurückruft unter der Rufnummer, weil verbinden oder so kann ich Sie nicht. Ich habe keine Möglichkeit, Sie zu verbinden. Ja, nee, nein, nein. Wer ist denn Ihr Datenschutzbeauftragter? Wie gesagt, ich kenne mich da jetzt nicht aus, ich bin ziemlich neu in der Firma, ich kann gerne nachfragen, das kann ich Ihnen gerne anbieten. Aha, und deswegen rufen Sie illegal ohne Genehmigung an. Okay, illegal ist das schon mal definitiv nicht. Doch ist es, doch ist es. Okay, gut, wie gesagt, das ist das, was ich Ihnen jetzt anbieten kann. Wenn Sie möchten, machen wir das gerne, ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt einen schönen Tag. Ja, ich gebe das aber trotzdem weiter und mache mich dann da auch dementsprechend nochmal schlau. Ja? Einen schönen Tag Ihnen. Ihnen weniger. Wie hier gehört habt, wurde der Firmenname von mir rausgeschnitten, da die Firma an sich ja völlig legal ist. Habt Ihr gemerkt, wie souverän die Dame die ganze Zeit war? Nur als es um die Anrufgenehmigung ging, war sie plötzlich ganz neu in der Firma und konnte mir nicht mal den Datenschutzbeauftragten nennen. Nun die Frage an Euch. War das ein seriöser Anruf? Was meint Ihr? Hätten Sie jetzt ein paar Minuten Zeit für die Bestellung? Zwei, drei Minuten. Ja. Dankeschön, sagen Sie mir bitte. Welche Beschwerde haben Sie momentan mit dem Originitalsystem? Oder möchten Sie einfach Potenz stärken? Ja, was hat, wie war das erste Wort? Welche Probleme mit dem was? Mit dem Originitalsystem. Das Wort habe ich nicht verstanden. Also, welche Symptome haben Sie? Ja gut. Oder möchten Sie einfach Potenz stärken? Die Potenz. Okay, gut. Haben Sie schon gelesen, wie funktioniert unsere Mittel? Oder soll ich es ganz kurz erklären? Das wäre nett, wenn Sie das kurz erklären. Oh ja, okay, mache ich gerne. Unser Produkt Eretron-Aktiv-Kapseln besteht aus rein pflanzlichen Extraten, hat gar keine Chemie und hat gar keine Kontraindikationen. Werden Sie auch keine Nebenwirkungen haben. Bei der regelmäßigen Anwendung Eretron-Aktiv verbessert die sexuelle Funktionalität, verjüngt den Körper und wirkt positiv auf die Ausdauer. Das Produkt funktioniert stufenweise. In der ersten Stufe muss sich der Körper zur Behandlung vorbereiten. Sie spüren die Verbesserung der Potenz. In der zweiten Stufe wirkt das Mittel an aktiv zu wirken. Der Geschlechtsakt wird länger, der Penis wird größer und die dritte Stufe ist der Förder, dass dieses Problem nicht zurückkommt. Das erzielte Ergebnis bleibt für längere Zeit erhalten. Die Kapseln sollen Sie zweimal am Tag einnehmen, zwei Kapseln vor dem Mittagessen und eine Kapseln vor dem Abendessen. Zweimal am Tag, drei Kapseln am Tag. Ja. Sie können unsere Mittel mit anderen Medikamenten kombinieren, aber Sie müssen eine Stunde Abstand machen zwischen der Einnahme. Nicht zusammen einnehmen mit anderen Medikamenten. Heute ist auch sehr guter Preis für Eretron-Aktiv-Kapseln. 49 Euro bezahlen Sie für eine Packung. In einer Packung sind 30 Kapseln. Es reicht für 10 Tage Anwendung. Und wenn Sie zum Beispiel eine Therapie durchführen möchten, dafür haben wir zwei Varianten. Es gibt eine monatliche Kur und zwei monatliche Kur. Eine monatliche Kur besteht aus vier solcher Päckchen. Sie bezahlen nur für drei. Vierte Packung erhalten Sie gratis für 135 Euro. Und zwei monatliche Kur für Kunden über 60 Jahre alt besteht aus sechs Päckchen. Sie bezahlen nur für vier. Noch zwei bekommen Sie gratis. Vier plus zwei für 180 Euro. Ja. Und wie viel ist da sinnvoll? In einer Packung 30 Kapseln. Ja. Also zwei monatliche Kur besteht aus 180 Kapseln. 180 und wie viele Monate nochmal bitte? Ich habe es nicht so ganz... Für zwei Monate. Für zwei Monate. Und wie lange hält das dann? Also sprich, wie lange hält die Wirkung an? Zwei, drei Jahre. Zwei, drei Jahre? Ja. Unser Produkt hat kumulative Wirkung. Aha, okay. Und was ist da drin in den Kapseln? Unsere Kapseln besteht aus rein pflanzlichen Extrakten. Hat gar keine Chemie. Und hat gar keine Kontraindikation. Haben Sie Allergie, oder? Nein. Müssen Sie andere Medikamente einnehmen, oder? Nein, aber ich möchte ja nicht wissen, was... Ich möchte ja wissen, was drin ist in den Kapseln. Einen Moment. Bleiben Sie dran. Wie alt sind Sie? Ich bin 45. Also möchten Sie aktive Inhaltsstoffe wissen, ja? Richtig. Unsere aktive Inhaltsstoffe sind L-Arginin, Vitamin S, Extrakt von Zero-Noah-Reppen, Vitamin E, Vitamin E, Vitamin S, DL-Alpha-Tocorchirol, Vitamin E, Vitamin B3, Zink, Zellen und Maka-Bussel-Extrakt. Vitamin E, was ist Je? Sie können jetzt aus Google auch schauen, was ist das Vitamin E? Ja, wenn ich da eingebe, Vitamin E, wie wird Je geschrieben? E wie Emil. Ach, Vitamin E, nicht Je. Sie sagen Je. Vitamin E, Entschuldigen Sie, bitte. Sie sprechen aber ein komisches Deutsch. Na gut, also Vitamin E. Ja. Okay. Also acht aktive Inhaltsstoffe sind ja L-Arginin, Vitamin S, Vitamin E, Zink, Zellen, Vitamin B3 und Extrakt aus Ginsenblättern. Okay, gut. Und das hält dann für zwei Monate? Ja, zweimonatlicher Kur, besteht aus sechs Bäckchen. Sie bezahlen nur für vier, noch zwei, erhalten Sie gratis für 180 Euro. Ja, äh, die Frage ist, Sie sagten gerade, äh, da wäre Selen drin. Was drin? Selen wäre da drin. Mhm, ja. Selen ist ein Schwermetall. Nein, 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 das ist kein Schwermetall. Ja, doch, der Begriff Selen ist ein Schwermetall. Dann sind die Mittel ja giftig, wenn da Schwermetalle drin sind. Nein, das ist kein Schwermetall, äh, das ist kein Schwermetall. Doch, Selen ist ein Schwermetall. Selen ist ein Schwermetall. Hallo? Ja. Ja, Selen ist doch ein Schwermetall. Es gehört zur Gruppe der Schwermetalle. Das ist ein Antioxidant, welches die Wirkung von radikaler Neutralität und die Zellen von Schädenschutz. Ja gut, aber trotzdem ist Selen ein Schwermetall. Verstehe ich nicht. Schwermetalle sind giftig. Okay, dann was sagen Sie, Herr Mayer, haben Sie Interesse daran? Ja schon, aber wenn da, also, Selen, das ist doch, gucken Sie doch mal nach, was Selen ist. Googeln Sie doch mal, was Selen ist. Mhm. Also, Selen, S wie Siegfried, E wie Emil, L wie Ludwig, E wie Emil, N wie Nordpol. Richtig, Sie haben das so gesagt, Selen. Ja, ja, Selen, richtig, ja. Das müssen Sie gerne nicht buchstabeln. Also Selen hat eine atomisierende Wirkung, stimuliert die Produktion und Verbesserung der Schwermetallqualität. Nein, nein, nicht in Ihrem Produktdatensatz, sondern, googeln Sie mal einfach mal, was Selen ist. Zu welcher Gruppe der Stoffe das gehört. Was wird Selen, was ist Selen? Selen ist ein Nichtmetall. Ich habe meine... Na, da gibt es wohl zwei verschiedene Witz, Selene. Na gut, okay. Wenn das so ist, okay, gut. Äh, und dann, was sagen Sie, äh, zwei Monatskur, die dann ein Leben lang hält. Ähm, zwei Monatiger Kuah hat Langzeitwirkung. Also noch zwei, drei Jahre brauchen Sie nicht mehr einnehmen. Ähm, kostet 180 Euro für Kunden über 60 Jahre alt. Ja? Ja. Das heißt, äh, nach zwei, drei Jahren muss ich wieder, muss ich nochmal neu einnehmen. Ja, wenn Sie brauchen, ja, wenn Sie brauchen, Sie können ja natürlich nachbestellen. Dann würde ich, dann würde ich lieber gleich auf einmal bestellen. Dann habe ich eine Lieferung. Mhm. Okay. Dann, äh, einmal zwei Monatiger Kur, ja, Herr Mayer? Ne, äh, zwei Monate ist doch für, äh, für die zwei Monatlich. Und nach zwei Jahren muss ich dann neu eine Kur anfangen, oder nicht? Ähm, Sie schauen mal. Wenn alles in Ordnung ist, natürlich brauchen Sie nicht mehr einnehmen. Es gibt noch Zeit, zwei, drei Jahre, ja? Ja gut, aber wenn ich es einmal habe, dann, dann habe ich es. Wir sind, Sie können immer nachbestellen. Wir sind schon neun Jahre auf dem Markt. Sie bekommen alle unsere Kontaktdaten. Und Sie können immer nachbestellen. Diese Nummer ist auch immer erreichbar. Oder möchten Sie jetzt gleich zweimal zweimonatiger Kur. Genau, so hatte ich, so hatte ich mir das vorgestellt. Mhm, mhm. Sie können auch so machen. Ja, das ist gut. Mhm. Okay, dann jetzt, ich brauche Ihre Lieferadresse. Nehmen Sie bitte zuerst die Postleitzeit, bitte. Ja, das ist 29227. 29227 in Zelle, oder? Richtig, richtig. Mhm. Die Straße? Burger-Landstraße. 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 Richtig, Nummer 23. 23, Haus Nummer 23, ja? Genau, ja. Und Ihre Familie namens Herr Mayer, Vorname ist Kai-Uwe. Richtig, das ist korrekt, ja. Die Lieferung dauert zwei, drei Werktage, nächste Woche, Montag, spätestens am Dienstag, Sie bekommen die Ware. Also zweimal zweimonatlicher Kurs. Richtig, genau. Für 360 Euro. Sie können jetzt online bezahlen, per Kreditkarte, per PayPal, per IBAN oder gleich bei Lieferung per Nachnahme. Welche Variante passt Ihnen besser? Da nehme ich die letzte Variante. Per Nachnahme. Genau. Wenn Sie nicht zu Hause bei Lieferung, dann Sie können beim Postfilial abholen und dort gleich bezahlen. Ja, das kenne ich von der Nachnahme. Bitte regelmäßig einnehmen, ohne Pause, bitte, Herr Mayer. Da ist ja sicherlich eine Einnahmenanweisung mit dabei. Ja, die Beschreibung ist auch dabei, ja, natürlich, ja. Okay, haben Sie noch Fragen? Nee, sondern habe ich keine Fragen mehr. Okay, dann ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch, viel Erfolg mit unserem Produkt. Dankeschön. Danke auch. Bitte, wiederhören. Wiederhören. Manchmal mache ich mir ja einen Spaß daraus, die Anrufer mit seltsamen Fragen zu verwirren, sodass die bestenfalls noch Zeit mit Nachfragen oder Google-Recherchen vergeuden. Die langen Wartezeiten habe ich natürlich für euch rausgeschnitten. Ja, bitte. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Ich melde mich von ShopOnline, weil mit diesem Namen Jürgen Möckmühl wurde bei uns eine Anfrage gestellt für das Produktalkotox. Das ist gegen Alkohol. Ja. Damit ich Ihnen besser beraten kann, darf ich ganz kurz ein paar Fragen stellen? Natürlich. Das ist nur für Sie selber, Herr Möckmühl oder für jemand anderes? Das ist für mich selber. Und wie alt sind Sie? Ich bin 42. Welche Ergebnisse möchten Sie damit erreichen, Herr Möckmühl? Äh, wenn es gegen Alkohol ist, dann möchte ich natürlich nicht mehr alkoholabhängig sein. Okay, seit wie lange trinken Sie schon? 15 Jahre. Also meinen Sie, Herr Möckmühl trinken Sie eigentlich viel? Können Sie nicht abfüllen oder wie ist es genau, die Abhängigkeit? Ja, ich trinke viel und das wird wahrscheinlich zu viel und das ist gesundheitlich nicht, es ist halt nicht gesund, so viel zu trinken. Auf jeden Fall, natürlich, auf jeden Fall. Haben Sie versucht, Herr Möckmühl bis jetzt selber natürlich damit aufzuhören? Natürlich. Und schaffen Sie überhaupt nicht, meine Damen und Herren? Ne, sonst wollte ich ja das Mittel nicht haben. Ja, ja, ich meine auch nicht eine kurze Zeit, meine ich, überhaupt nicht. Richtig. Okay. Dann, Sie haben eigentlich eine richtige Entscheidung getroffen, Herr Möckmühl, weil wir sprechen auch über ein Naturprodukt. So haben Sie natürlich keine Nebenwirkungen. Und es ist sehr träglich, zum Beispiel, wenn Sie auch andere Medikamente einnehmen, obwohl Sie natürlich noch jung sind. Also, die Zusammensetzung natürlich, die Pflanzextrakte, Propolis und Alphalipsäure, die vor wissenschaftlichen Labor der modernen Biotechnologie, die entwickelt wurde natürlich... Was bitte, ich verstehe Sie, ich verstehe Sie schlecht, Sie sprechen sehr undeutlich. Und jetzt hören Sie mich. Ja, ich höre Sie gut, aber Sie nuscheln sehr. Okay, entschuldigen Sie mir. Also, ich meine, Herr Möckmühl, die Zusammensetzung ist natürlich das Wichtigste. Und man erkennt natürlich, dass es eigentlich auch ein gutes Produkt ist. Zum Beispiel die Pflanzextrakte, Propolis und Alphaliposäure. Ja, was ist Propolis? Was ist Propolis? Was ist Propolis? Kennen Sie nicht, was Propolis ist? Nein, sonst würde ich ja nicht fragen. Das ist die Zusammensetzung. Es ist ein Pflanzextrakt, Herr Möckmühl. Von welcher Pflanze denn? Ich weiß nicht, wie ich Ihnen erklären kann mit anderen Worten. Sie soll mir sagen, was Propolis ist. Es ist ein Pflanzextrakt. Ja, von welcher Pflanze denn? Propolis, Sie können zum Beispiel auch selber googeln und schauen. Ich kann das nicht Ihnen erklären, ohne das zu sehen. Wieso können Sie das nicht erklären? Sie wollen doch das verkaufen. Sie wissen nicht, was da drin ist? Das ist ein Pflanzextrakt, Propolis. Es wird Ihnen ermöglichen, die Innenorgane zu reinigen. Das kann ich Ihnen erklären. Nicht, wie das aussieht, Herr Möckmühl. Ich will nicht wissen, wie es aussieht. Ich möchte wissen, wie sie wirkt und wie sie heißt. Sie heißt also Propolis. Gut, was ist da noch drin? Ja, das habe ich. Okay, dann, das ist so genau. Es gibt Alpha Liposole. Was sind Alpha Liposole? Das neutralisiert Pyroxid Radikalen im Gehirn und reduziert den Dark zum Trinken. Zum Beispiel reduziert auch Alkohol. Den Dark zum Trinken? Was ist denn ein Dark zum Trinken? Ich kenne das Wort Dark. Ja, ich kenne nur das Wort Dark nicht. Okay, kein Problem. Kein Problem. Ich erkläre es Ihnen bis am Ende. Und falls Sie immer noch Fragen haben, kann ich Ihnen erklären. Okay? Ja, gut. Ich versuche, es Ihnen zu erklären. Okay, super. Das werden Sie zweimal am Tag einnehmen, Herr Möckmühl. Natürlich regelmäßig. Es ist sehr wichtig, ohne Unterbrechung. Damit Sie nicht nur momentan die Ergebnisse schauen, sondern für eine lange Zeit bei Ihnen zu speichern. Okay? Also, die Zusammensetzung ist so ausgewählt, dass die Bestandteile sich gegenseitig unterstützen und natürlich die Wirkung mehrfach verstärken. Okay? Welches Gezüge ist, das Verlangen, Alkohol zu beseitigen? Und schon ist sie raus. Oje, mit der Dark zum Trinken meinte sie sicherlich den Drang zum Trinken. Das bestätigt wieder mal, dass die kaum Deutsch sprechen oder lesen können. Propolis ist übrigens keine Pflanze, sondern ist ein Produkt, das von Bienen hergestellt wird. Es wird auch Bienenharz oder Bienenleim genannt. Eine Substanz, die Bienen von den Knospen oder der Rinde von Laubbeulen sammeln und mit Wachs, Pollenanteilen und Speichensekreten anreichern. Also höchst gefährlich für Bienenallergiker. Und auch darauf kein Hinweis. Warten wir mal ab, wie es weitergeht. Denn gerade ist die Leitung abgebrochen. Hallo? Hallo? Ja? Herr Möckmühl, Sie haben aufgelegt. Ich habe nicht aufgelegt. Ich habe nicht aufgelegt. Warum sollte ich denn auflegen? Weiß ich nicht. Also dann die Verbindung war weg. Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Von wo aus rufen Sie denn an? Sie fahren auf einmal weg. Deutschland, Berlin. Sie rufen aus Berlin an? Augenblick, Berlin. Ja, Deutschland. Äh, nee. Sie rufen aus Österreich an. Österreich? Es ist unser Hauptfilial, Herr. Ja, Sie rufen aus Österreich an. Aber unser Büro sind in... Darf ich dann? Das möchte ich jetzt mal bitte genau wissen. Sie sagen, Sie rufen aus Berlin an. Okay, also... Wollen Sie meine Frage gar nicht zu... Nein, nein, nein. Ich habe Ihre Frage gehört. Ja gut, dann beantworten Sie sie. Dann beantworten Sie sie. Ja, äh, in Österreich, Herr Möckmühl, ist unser Hauptfilial. Das ist ein Computersystem. Aber unsere Büros haben wir natürlich auch in Deutschland, Berlin und, äh, Schweiz, Zürich. Aber Hauptfilial ist natürlich in Österreich. Deswegen ist Vorwahl von Österreich. Aber unsere Büros natürlich haben wir, äh, Deutschland und in der Schweiz auch. So, gut. Und dann geben Sie mir mal die Adresse Ihrer Filiale in Berlin, wenn Sie sagen, Sie sind in Berlin. Oh, okay. Kein Problem, werde ich geben. Erstmal wollte ich das Ihnen erklären. Ne, jetzt, jetzt brauche ich erst mal die Adresse. Äh, nein, also möchten Sie das Produkt haben, Herr Möckmühl? Ja, aber... Bitte, weil ich, äh, bin hier Ihnen nicht zu erklären, die Adresse und alles, was nicht zu dem Produkt passt, ne? Es ist ein anderes Thema hier, Sie trinken seit 15 Jahren. Ja, und? Deswegen möchte ich... Hoffentlich ist nicht das Problem bei Ihnen, da Sie eigentlich auch nicht möchten, zu hören und, und, natürlich um das Produkt interessieren. So, sind Sie jetzt fertig? Ah, Sie sind auch nicht fertig, okay, gut. Äh, nein, nein, natürlich bin ich noch nicht. Also, Herr, äh, Möckmühl, da sollen Sie zweimal am Tag, äh, einnehmen, okay? Okay, morgens und abends, das sind Tropfen, 20 Tropfen werden Sie in 100 Milliliter Wasser auflösen und dann trinken. Alles klar? Und es wird natürlich Ihnen helfen, Herr Möckmühl, hören Sie mich? Ja. Okay, und es wird Ihnen helfen, die Giftstoffe aus dem Körper zu entfernen, weil nur so, Herr Möckmühl, wenn Ihr Körper gereinigt wird, haben Sie natürlich auch keinen Wunsch mehr zu trinken. Und das wird natürlich mit einer folgenden Dauer passieren. Die erste Phase sind die ersten zwei Wochen, wo Ihr Körper das akkumulieren wird. Also, Sie schauen die ersten Resultaten. Dann zweite Phase, Herr Möckmühl, werden Sie ja natürlich langsam auch keinen Wunsch mehr haben zu trinken. Und dritte Phase... Ja, bitte? Ja, Herr Möckmühl, wieder... Warum legen Sie denn dauert auf? Ich habe es dieses Mal aufgelegt. Nein. Warum legen Sie denn dauert auf? Okay, das glaube ich nicht. Also, wenn Sie eigentlich das nicht möchten, Herr Möckmühl, können Sie einfach sagen, es ist kein Problem. Ich habe Ihnen angeregt zugehört und warte darauf, die weitere Erklärung, warum sollte ich dann auflegen? Okay, dann super. Also, Herr Möckmühl, die dritte Phase, was ich Ihnen erklären wollte, werden die Effekte gespeichert. Das bedeutet, Sie brauchen das Produkt eigentlich nicht mehr. Und auch natürlich keinen Wunsch mehr zu trinken. Da Sie eigentlich 42 Jahre alt sind und seit 15 Jahren trinken, Sie sollen, Herr Möckmühl, das Produkt für einen Monat bis zwei Monate lang einnehmen. Ja. Alles klar? Die zwei Monate, natürlich wäre das besser, weil Sie haben genug Zeit, alle die drei Phasen zu machen. Es besteht, Herr Möckmühl, aus sechs Paketen. Sie bezahlen nur vier, zwei sind geschenkt, Sie haben kostenlose Lieferung und es ist mit 50% Rabatt. Ja. Okay? Insgesamt kostet das für die 196 Euro. Wir haben auch die Basis für eine halbe Monate. Das besteht aus den vier Paketen, wo Sie drei bezahlen, für die 147 Euro. Ja. Das sind die beiden Kuhle. Natürlich, die Entscheidung liegt bei Ihnen, wegen dem Zeitraum, das ist wichtig. Ich würde auf jeden Fall einen voll empfehlen, dass Sie eigentlich seit 15 Jahren auch davon trinken, natürlich, meine ich. Und natürlich müssen Sie auch aufhören. Ja, natürlich. Okay. Ja. Super, dann brauche ich von Ihnen eigentlich, ich will nur die Adresse, wo ich das hinschicken soll. Erstmal Postleitzahl. 29664. 22? Nein, ich sagte 29664. Okay. Also in Osterheide. In Walzrode, ja. Osterheide soll nicht sein, meinen Sie? Verstehen Sie kein Deutsch? In Walzrode. Walzrode. Ja, richtig. Walzrode ist der Ort. Düraring 92. Einen Moment. Die erste Buchstabe? Devidora. Hausnummer? 92. Okay, habe ich. Dann auf Ihrem Briefkassel, Möckmühl, welcher von Ihren Namen steht? Ja, Möckmühl steht da. Was sonst? Nur Ihr Familienname. Ja, natürlich, das reicht doch. Okay. Und auf den Klingel auch gleich? Natürlich. Es wäre ja unsinnig, ein Klingelschild mit einem anderen Namen zu haben. Ja, ja, es kann sein. Dann, Herr Möckmühl, haben Sie bitte etwas zu schreiben? Ja. Ich wollte kurz Ihnen unsere Kundendienstnummer hinterlassen. Ja. So haben Sie die Möglichkeit, uns über alles natürlich zu erreichen. Okay. 0, 3 Ja. 2, 2 Ja. 1, 3, 2 So, warte, der Kuli schreibt gerade nicht. 0, 3, 2, 2 Und dann? 1, 3, 2 Ja. 4, 9, 0 Ja. Und dann 20 am Ende. 20. Mhm. Haben Sie? Ja. So. 0, 3 Dann? Wo, wo, was ist das für eine Vorwahl? Wo, wo komme ich da raus? Deutschland. Deutschland. 49 Ja, nein, äh, welche, welche Stadt ist das? Berlin, Deutschland. Das ist Berlin, 0, 3 Mhm. Ja. Okay. 2, 2 Haben Sie schon? Ja. Okay. Dann, Herr, äh, Möckmühl, weil Sie sind eigentlich ein neuer Kunde geworden, außer dass Sie haben eigentlich für eine volle Kunde entschieden. Deswegen, Sie bekommen von unserer Seite gleiche Produkt jetzt aber mit 80% Rabatt für 20 Euro. Es ist eigentlich, falls Sie jemanden weitergeben möchten. Es kann sein in Ihrer Familie, der auch trinkt oder jemand anderes. Nee, habe ich nicht. Oder Sie können natürlich, wie Sie selber behalten, für einen späteren Zeitpunkt. Was nochmal? Also... Möchen Sie vielleicht noch eins oder zwei dazu? Ja, je nachdem, wie gut wirkt das denn. Okay, dann. Herr, äh, Möckmühl, wegen der Einzahlung wollte ich noch kurz erklären. Äh, wollen Sie, wollen Sie meine Frage nicht beantworten? Welche Frage? Nochmal? Ach, Sie hören mir also gar nicht zu. Okay. Dann lassen wir das ja okay. Wie ist Ihre Frage? Ach, naja. Wenn Sie mir schon nicht zuhören. Nee. Ja, ich habe gleichzeitig mit Ihnen geredet. Ich habe nicht, äh, das gehört. Nicht, dass ich Ihnen nicht zuhöre. Ich glaube, das haben wir zusammen gemacht, ne? Nicht alleine. Ähm, wie war bitte Ihre Frage? Habe ich jetzt vergessen. Okay, kein Problem. Vielleicht erinnern Sie später. Dann, Herr Möckmühl, die Einzahlung wird mit einer Kreditkarte erledigt. Aber es soll eine Visa oder Mastercard sein. Ich habe keine Kreditkarte. Dann, Sie bezahlen, wenn das Produkt bei Ihnen kommt. Genau. Herr Möckmühl, bevor ich eigentlich die Zusammenfassung mache, ich wollte erstmal um Ihr Erlaubnis fragen. Wir haben eine Promotion des Tages heute für alle unsere Kunden. Es heißt, Hempel, die Gefäße zu reinigen. Darf ich das Ihnen kurz vorstellen? Können Sie machen, ja. Okay. Es heißt, Herr Möckmühl, äh, Hempel. Das Produkt ist eigentlich, die Gefäße zu reinigen, falls Sie von Bluthohrdruck leiden, hohen Cholesterin. Es stellt dem Immunsystem. Und man nimmt natürlich als Kombination mit Alkotox jeden Tag. Und es ist eigentlich auch für zwei Monate lang. Und was kostet das dann? Das ist mit 70% Rabatt heute für die 25 Euro. Ja, nehme ich einmal mit. Gefäße reinigen ist doch bestimmt immer ganz gut. Vor allem, wenn man spült. Natürlich. Genau, haben Sie recht eigentlich. Dann, ähm, ich bitte die Zusammenfassung mit Ihnen über alles korrekt zu sein, Herr Möckmühl. Ich habe mit Jürgen Möckmühl gesprochen. Das kommt bei Ihnen in einer Woche. Land ist Deutschland. Postleitzahl ist 29664 in Walsrode. Dürer Ring, Hausnummer 29. Dürer Ring. Auf der Briefkasse steht Dürer Ring. Ja. Genau. Auf der Briefkasse steht nur Familienname. Möckmühl, haben Sie gesagt. Auf dem Klingelhaus. Sie bezahlen, wenn es kommt. Und Sie haben eigentlich für das Vollecur Alkotox entschieden. 196 Euro. Und das Produkt Hempöl für 25 Euro. Insgesamt geht das Ganze 221 Euro. Bestätigen Sie das? Das bestätige ich. Alles klar. Okay, dann danke sehr viel Zeit, denke ich, Herr Möckmühl. Hoffentlich haben Sie mich auch verstanden. Gute Behandlung und bleiben Sie auch gesund. Alles klar. Und dann wünsche ich Ihnen. Ihnen auch. Bitte, wiederhören. Wiederhören. Danke. Tschüss. Habt ihr bemerkt, dass sie zur Adresse der Berliner Filiale keine Auskunft geben wollte? Es geht einfach nur ums Verkaufen dieses Nahrungsergänzungsmittels. Denn es ist kein Medikament. Der Literpreis dieses Fläschchens liegt bei über 16.000 Euro. Ein echtes Schnäppchen also. Was die genannte Telefonnummer angeht, die 0322 ist keine Berliner Telefonnummer, sondern sie bildet in Deutschland einen ortsunabhängigen Rufnummernraum für nationale Teilnehmerrufnummern. Sie ist die Vorwahl ohne Ortsnetzbezug. Wir stellen also fest, alles völlig seriös. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch etwas unterhalten und informiert. Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Video. Bleibt wie ihr seid, euer Callcenter Kascher.